Oh mein Gott Leute, heute gucken wir uns die verrücktesten und krassesten TikToks von Brawl Stars an. Oh mein Gott, was geht ab? Neun Ultis gleichzeitig, holy shit. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pukki. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars, was geht ab Leute? Da bin ich auch schon am Start. Und bevor wir jetzt loslegen, jetzt in diesem Moment ist der Galaxy Boxer rausgekommen. Auf www.scheißboxer.shop im Bundle mit einem Schlüsselanhänger und mit einer handsignierten Autogrammkarte für 19,90 Euro. Jetzt ist es auch endlich soweit, ich kann euch den Preis sagen. Wirklich ein unfassbar kranker Preis. Also ihr könnt im Shop einfach mal nachgucken und vergleichen. Wir haben normale T-Shirts für 25 Euro drin. Dachten uns aber, für diesen Job verzichten wir zum größten Teil auf unseren Gewinn dafür, dass wir das einfach günstiger raushauen können. Und ich bin mal sehr gespannt. Wie es bei euch ankommt, das ist natürlich limitiert. Deswegen seid schnell. Geht direkt auf den Shop, wenn ihr was haben wollt. Bestellt euch das. Diesen Galaxy Boxer wird es nur einmalig geben. Danach nie wieder. Von dem her Leute. Schlagt zu. Geht auf www.scheißboxer.shop. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Shoppen. So, dann starten wir auch schon rein. Let's go mit der ersten TikTok-Montage. WTF. Einfach der goldene Niterbeer auf einem Relfin, okay. Wo geht's hin, Digga? Ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Wow. Okay. Das war schon mal krass. Was geht jetzt ab? Daryl und Boxer jumpt hinterher. Und Jackie ist ganz allein. Aha. Und da schwimmt sie jetzt nach. Holy shit. Warte. Wie geht das denn? Hä? Wie ging das denn? Ich check's nicht ganz. Naja. Okay. Krasse Party. Was haben wir hier? Da werden ganz viele Brawler. Okay. Ne. Es ist eine Shelly mit 12 Powercubes und Ulti, ja. Rest in Peace an die Tare auf jeden Fall. Leute, bevor wir weitermachen. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. und abonniert den Kanal natürlich auch kostenlos. Und, äh, weiter geht's. Okay. Die Boxer warten da hinten. Als Backup. Oh. Au. 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 Nicht gut. Nicht gut. Oh, das ist gut. Dünge einfach, wenn man diese normalen TikTok-Trends in Brawl Stars macht. Zu geil. Feier' ich. Oh, shit. Du gehst auf jeden Fall ordentlich ab. Boom. Let's go. Oh, shit. Krass. Okay. Ich bin mir sicher, den Rektor auch. Okay. Die spinnen sich ordentlich. Was geht hier ab? Knabschlägerin. Holy shit. Holy shit. Der Schläger fängt an zu blühen und... Boom. Das war's nochmal komplett. Ah, krass. Das war noch geil früher. Wie man die Boxen so farmen konnte. Eine Box und... What the... Einfach... Okay. Jetzt bin ich raus. Einfach ein Hund als legendär im Brawl-Up. Geil. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Ja, mies an der Stelle. Unentschieden. G. I like the cut G. I like the cut G. Au. I like the cut G. Au. I like the cut G. Ah, Digga. Das tut weh. Oh, shit. Krass. Geiler Remix. Oh, Hahn. Brawl Stars Song, oder was? Krass. Gefällt mir. Finde ich gut. Oh, shit. Oh, shit. Geil. Geil, geil, geil. Die ganzen Brawl Talks einmal durchgehen, beziehungsweise die neuen Brawler Releases. Nice. Sehr schön. Und jetzt kommt das Gadget, oder? Geil. Oh, shit. Lol, er holt Sandy aus dem Bad raus. Wie krass. Okay, der One-Hit ist einfach zum Boss. Ist halt natürlich zusammengeschnitten, aber krass. Oh, das wird weh tun. Alle Ultis jetzt gleichzeitig. Oh, mein Gott. Was geht ab? Neun Ultis gleichzeitig. Holy shit. Und die Box dann ist sowas von down. Ist jetzt leider nicht geschafft zu überleben, aber naja. Oh, was wird hier drin sein? Die ist richtig geil geöffnet zu werden. Die Box und... What the fuck? Wie krass war das? Das war eine geile Montage auf jeden Fall. Gefällt mir. Okay. Okay. Auch nicht schlecht. Oh, das war's. Das war's. Und das war's natürlich auch. Und das war's. Ja, sowas von komplett. Ciao. Ja, geil. Geil, geil, geil. Der ist auch raus. Ja, das ist immer mies, ne? Die Bush-Campers. Okay. Die bohrt sich da jetzt rein, glaube ich. Ja. Oh, mein Gott. So krass gemacht. Wie geht das? Holy shit. Okay, Superstyle. Oh, alle Load-Screens. Alle Load-Screens in der Vergangenheit. Zusammengeschnitten. Sehr krass. Welche hat euch am besten gefallen? Schreibt's mir in die Kommentare. Oh shit, Digga. Oh shit, Digga. WTF? Hä? Was war das denn? Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Hä? Ja, komplett raus. Ciao. Ciao. Die Kiefer schwebt immer noch in der Luft. Null Sinn. Naja. Sie gönnt sich auf jeden Fall. Und er geht nicht rein. Ich wusste es. Mies für die Shelly. Oh, 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 oh. Oh. Auch nicht gut. Okay. Level 1. Schafft. Level 2. Geschafft. Level 3. Oha, das ist aber cool. Level 4. Oha. WTF? Was geht denn jetzt ab? Was für kranke Trickshots. Zu krass. Zu krass. Nee. Nee. Okay. Ich wollte gerade sagen. Das wäre zu heftig. Okay. Nita chillt hier einmal. Okay. Was macht Nita? Oh. Sie verwandelt sich in ihre Skins. Krass. Sehr nice. Sehr, sehr nice gemacht auf jeden Fall. Okay. Die Dynamics haben sich hier geboten als Team und Racken und Mortis aber anders. Armer Mortis. Ciao. Mit hier. Okay. Da kommt jetzt das Bike raus. Nee. Hä? Da ist aber eine Riesenbombe. What the fuck? Okay, was passiert hier jetzt? Oh shit. Satisfying auf jeden Fall. Okay. Erstmal Emotes verbieten. Okay. Was haben wir hier? Angry Birds. Oha. Wie cool. Oha. Wie geil. Digga. Das ist cool gemacht. Brawl Stars Angry Birds oder was? Holy shit. Und? Boom. Nächster Down und dann haben wir aber noch einen. Let's go und da ist auch Down. Sehr nice. Okay. Da haben wir Buzz. Er angelt sich erstmal. Alter. Über die ganze Map. Okay. Das war auch cool gemacht auf jeden Fall. Oh shit. Ich seh's. Ich seh's schon. Ganz viele Dynamics. Holy shit. Und die Mortisse. Sind nicht raus. Boah. Der hat gut überlebt, muss man sagen. Oh shit. Und jetzt kommt... Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Nice. Der old school OG Yuriko skin. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, krass. Das Placing auf jeden Fall vom Tower. Sieben von zehn. Aha. Ah, es geht nur um den Damage oder was? Oh shit. Die macht ein bisschen mehr, glaube ich. Die macht ein bisschen mehr. Die macht ein bisschen viel mehr. Ja, krass. Neun von zehn. Okay, jetzt haben wir tatsächlich den neuen Brawler Griff, der hier getestet wird. Der kommt auch übrigens bald raus. Ich bin sehr gespannt auf die Challenge. Ich werde auf jeden Fall auch Livestreamen. Also freut euch schon da drauf. Neun von zehn auch. Okay, krass. Auch nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Oh. 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 Das tut weh. Oh. Das tut auch weh. Holy shit. Colt in Action. Okay. Was geht jetzt ab? Schöner Stun. Holt er ihn? Ne, er spitzt erst mal. Okay. Warum? Weiß ich nicht. Das ist ein Magier-Turm. Geil. Bogenschützenturm. Nice. Oha, wie cool. Die Kanone. Okay, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Mortar. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das sind die Vergleiche zu Clash of Clans. Inferno-Turm. Ah, auch nicht schlecht. Sehr cool. Oh je. Die ganzen Brawler-Arm. Was ist denn passiert? Alle mit ihrer traurigen Pose. Werden wir wohl nie rausfinden. Okay. Hä? Wo war denn jetzt der Bull? Ich dachte, der war da drin. Rekal ist hier am Start. Geht hier erstmal ein bisschen nach vor. Dreht erstmal eine schöne Runde. Geil. Das ist auch cool. Holy shit. Holy shit. Was ist das denn? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum hatte der Kaktus le... What the fuck? Das ist aber nicht echtes Brawl Stars, oder? Holy shit. Also da kann ich nur an der Stelle nochmal die Warnung aussprechen, Leute. Sowas ist vermutlich auf einem Private Server passiert. Nutzt keine Private Server. Erstmal sind die absolut nicht sicher. Und ihr wisst nicht, was passiert, wenn ihr euch darauf connectet. Andererseits ist es absolut verboten, laut dem Supercell Toss. Und ihr könnt dafür auch auf eurem echten Account gebannt werden. Also macht das bitte, bitte nicht super gefährlich. Verzichtet lieber drauf. Ja, und nehmt die Warnung auf jeden Fall bitte ernst. Okay, was geht jetzt ab? Subway Surfers, oder was? Ach, wie geil! Er ist der Polizist, oder was? Und sie hat gerade Graffiti gesprayed. Sehr krass, okay. Aha. Okay, auch durchgeschafft. Der wird es auch durchschaffen. Easy going, let's go. Sieben von zehn, sehr nice. Und der jumpt einfach. Okay, war aber nicht so stark. Der hat ein bisschen früher jumpen müssen, also nicht schon im Gift. Ja, das ist natürlich eine klare Zehn von Zehn gewesen. Da sagst du nix, ne? Und das war es an der Stelle auch schon mit den Brawl Stars TikToks. Alter, absolut heftig mal wieder. Wenn ihr mehr Bock auf solche Videos habt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, dass wir immer wieder TikToks nachmachen mit der Community, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, schaut jetzt beim Shop vorbei. Der Shop ist online. Die neuen Artikel sind draußen, der Galaxy Boxer. Checkt's ab. Und schaut auf jeden Fall auch noch bei Mido vorbei. Denn dort ist unser neuer Song erschienen. Tarnung. Wer es noch nicht mitbekommen hat, hört mal rein. Link unten in der Videobeschreibung. Ihr könntet auch was gewinnen. Und zwar eines von 25 Tarnung-T-Shirts. Also sehr coole Sache. Ihr müsst dort einfach nur liken, kommentieren, so oft wie möglich. Und abonnieren. Und dann seid ihr auch schon dabei. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.